Jojojo Leute, was gedacht, euer Gerne hier wieder am Start. Wir sind immer noch Area 39 und ich hab jetzt was richtig, richtig geiles vorher. Aber ich muss ehrlich sagen, ich hab schon ein bisschen Angst. So, ich park meine Karre hier, ne? Die Döcher hat einfach viel Spaß. Ja, crazy, aber ich muss mich anschnallen bestimmt, ne? Anschnallen! Aber mach echt ein bisschen, also nicht zuhause. Spiegel einstellen. Dreh richtig. Wie du der Meinung bist, genau. Aber machen wir echt Chili-Milli, ne? Digger. Ich will nur mal so ein bisschen was sehen, so. Wie bitte? Ich will nur, okay, ich bin wirklich jetzt auch. Alles cool. Wir machen jetzt mal die Zündung rein hier oben. So, pass auf. Hier fahren wir ein Spann-Geruch. Ja. Du musst einfach Gas geben, ja? Ja, glaube ich dir. So weit verstanden? Ja, ja. Okay. Jetzt fahren wir auch immer diesen Hügel hier. Ja, ja. Und dann willst du dann links wieder hochkommen. Ohne Probleme. Ich bin jetzt echt gespannt. Einmal Rückwärtsgang. Ich bin jetzt echt gespannt, ob sie da hochkommt. Ja. Dann musst du einfach auf Gas geben. Ja. Das war crazy. Das ist jetzt hochgeguckt. Ja. Und wenn wir jetzt hier runterfahren würden, ja, dann könnten wir hier stehen bleiben, so. Ja, das ist echt crazy, Mann. Ja, das ist echt crazy, Mann. Oh, na, nein. Oh, na, nein. Oh, na, nein. Noch mal einen kleinen Trick. Oh, halt. Da laufen. Oh. Alter, crazy man. Aber du kannst gut fahren, das muss man jetzt ehrlich mal sagen. Crazy, ey. Macht dir das öfters so aus Langeweile, oder was? Ja, deswegen sind die Fahrzeuge so gebaut, wie sie gebaut sind. Ja, aber jetzt nur eine Frage, also jetzt bin ich so ein paar Minuten mitgefahren, ne? Geht hier nicht voll viel kaputt eigentlich? Nö. Crazy. Hast du eigentlich da mit ein Problem, oder hättest du da mit ein Problem, wenn wir jetzt rückholzer fahren? Oh, Alter! Oder wäre das okay für dich? Das war ein Ohr, ey. Ja, crazy, Mann. Das macht echt Spaß, also echt cool. Das passiert, wenn du ohne Allrad fährst, ja? Okay. Ja, moin. Aber einen muss ich dir noch zeigen. Okay, ich bin gespannt. Das ist so einfach. Alter! Der ist Rallye-Fahrer jetzt. Ja, ja. Das war nur ein Baum. Wenn du fahren kannst, ist es doch so ein Oma. Ja, aber ohne Witz, also am Anfang hatte ich echt Schiss, denn mittlerweile geht es schon. Also ich sehe schon, dass du jetzt schon das Auto unter Kontrolle hast. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da geht es hoch. Allrad an. Alles in Ordnung? Ja. Oh, ein Rad ist rausgegangen. Warte, fahr doch mal neu. Aber nicht von ganz unten, bitte. Nein, von hier. Oh Junge, das tat ich sehen. Jetzt machen wir es entspannter, okay? Ja, danke. Also, ich finde das hier echt passt, aber für mich ist das echt gut. Ja, wir machen jetzt entspannter. Ja. 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 Nein. Was denn jetzt? Jetzt hat er nur ein bisschen Wasser gekriegt. Wir fahren gleich weiter. Oder der Schalter ist aus. Das sind Batterieschalter. Geht gleich weiter. Spann dich. Ja, ja. Alter Junge, ich bin so fix und fertig. Ich finde das echt toll. Echt kacke? Nein, echt geil, aber das ist... Komm schon. Also, das war ja echt lustig, aber dieser eine Aufschlag, der war brutal. Weil der Ansteiger hat hier richtig so... Der war ganz schön hart, das stimmt schon. Ja, ohne Witz hätte ich niemals gedacht. Und du hast nur die Hälfte mitgekriegt. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Das hätte ich echt nicht gedacht, weil ich meine, du bist damit... Wir waren so schnell und einfach durch diesen Baum da durch, da habe ich gedacht. Alles in Ordnung. Ja, deswegen habe ich davon gefragt. Eigentlich müssen die Karadon-Einrichtungen auseinanderfallen, aber... Nee, dafür sind die gebaut. Heute haben wir einen Schweinwerfer zerstört. Wow, okay. Aber nur, weil ich vorhin mit dem anderen gefahren bin und er wollte mich anschieben, weil ich da nicht weggekommen bin. Und er hat mich einfach nur angeschoben und da ist der Scheinwerfer kaputt gegangen. Völlig glatt. Crazy. Wir haben einen ultra heftigen Sprung gemacht. Der war einfach zu brutal für mich. Vor allen Dingen jetzt kommt der Monster Truck, der alle rauszieht. Ja, hat er definitiv. Mehr als eher so. Hat er, hat er. Ja. Danke für eure Hilfe. Warte, du willst ja jetzt nicht runter fahren, oder? Wo? Hier vorne, diese steile Abfahrt. Was muss, das muss, sag ich mal so. Boah, aber bitte langsam, ne? Boah, Alter. Mach ich, mach ich langsam. Junge. Hier meinst du jetzt? Ja. Alter. Ja. Ist aber sonst noch in Ordnung, oder? Ja. Ey, also für dich ist es vielleicht normal, ne? Aber für mich gerade, ich krieg echt gerade... Das ist... Ich mach das sachte für dich. Ja, ja. Okay? Ich danke dir dafür. Also ich finde das echt cool, dass du mich schon mal mitgenommen hast, ne? Dass man sowas überhaupt mal erleben darf. Ist in Ordnung? Ja, ich... Also jetzt... Ist gar nicht so mild, wie ich dachte jetzt hier runter. Wir fahren hier sonst anders runter. Ja, es raucht hier. Aber mit gar nicht Sprünge mehr. Wir haben noch ein bisschen Wasser drin. Aber bitte nicht, bitte nicht. Okay. Ich hab schon viel erlebt, aber das ist ein heftiges Soundfahrt, wo ich... ...ich erlebt habe. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Hier, wir können gerne wieder tauschen, Kumpel. Ich bin dir auf jeden Fall dankbar dafür, dass du dich noch mitgenommen hast. Finde ich echt cool. Oh. Wir fahren ganz da Enduro hier, ne? Ich bin ganz weich, Alter. Wo hast du den denn hingefahren? Der Halberstadt oder was? Nicht. Alter Junge. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und ein Kommentar. Das war's. Das war auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall die verrückteste Autofahrt, die ich je hatte. Also auf dem Video wird's wahrscheinlich nicht so krass rüberkommen, aber... ...heftig einfach nur. Einfach nur heftig. Da ist der hier gerade diesen Berg runtergefahren, wo wir mit den Enduros runterfahren. Hier hat diese Fotos... Also echt übel, aber es hat mega Spaß gemacht. Also... Lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.